Hallo zusammen, heute erkläre ich euch senkrecht und parallel. Wir beginnen mit senkrecht. Dazu zeige ich euch mit einem Blatt Papier, was senkrecht ist, und das könnt ihr gerne nachmachen. Los geht's! Ihr faltet ein Blatt Papier, einfach so wie ihr wollt. Jetzt entsteht eine Fallkante. Diese faltet ihr so, dass sie wieder auf sich selber liegt. Also ein zweites Mal falten. Wenn ihr das Papier wieder öffnet, sind zwei Linien entstanden, die senkrecht zueinander sind. Hier nochmal das Blatt Papier. Wir haben zwei Linien, beziehungsweise zwei Geraden G und H. Dazu merken wir uns folgendes. Die beiden Geraden G und H stehen senkrecht oder auch orthogonal zueinander. Sie haben einen Schnittpunkt, sie schneiden sich hier, und bilden rechte Winkel. Das ist ein rechter Winkel, es gibt insgesamt vier. Hier noch, hier noch und hier noch. Man schreibt G, dann so ein umgedrehtes T, H. Das bedeutet, G ist senkrecht zu H und umgekehrt. In der Zeichnung markiert man rechte Winkel mit diesem Zeichen. Also so einen Bogen und einen Punkt machen. Wir kontrollieren jetzt mit dem Geodreieck, ob diese beiden Geraden senkrecht zueinander sind. Erste Möglichkeit, bei eurem Geodreieck habt ihr diese Linie hier. Das ist eine senkrechte Hilfslinie. Ihr müsst das Geodreieck so anlegen, dass die eine Gerade auf dieser Kante ist, und dann schauen, ob die andere Gerade genau auf dieser Hilfslinie liegt. Hier ist das der Fall, daher sind diese beiden Geraden senkrecht zueinander. Zweite Möglichkeit, bei eurem Geodreieck habt ihr diese Spitze hier. Die beiden Kanten hier sind senkrecht zueinander. Ihr müsst das Geodreieck mit der Spitze also nur so anlegen und schauen, ob die beiden Geraden auf diesen Kanten liegen. Hier ist das der Fall, daher sind die beiden Geraden senkrecht zueinander. Wir zeichnen jetzt senkrechte Geraden. Erster Fall, der Punkt P liegt auf der Geraden G. Man schreibt auch P ist Element von G, also der Punkt liegt auf der Geraden. Dann, ihr müsst das Geodreieck so anlegen, dass die Gerade auf dieser senkrechten Hilfslinie liegt. Und jetzt könnt ihr die Gerade durch den Punkt P zeichnen. Diese senkrechte Gerade bezeichnet man auch oft als S. Zweiter Fall, der Punkt P liegt nicht auf der Geraden G. Man schreibt auch P ist kein Element von G. Also der Punkt liegt nicht auf der Geraden. Das Prinzip ist das gleiche. Wir legen das Geodreieck so an, dass die Gerade auf dieser senkrechten Hilfslinie liegt und der Punkt P auf dieser Kante. Und jetzt können wir die senkrechte Gerade einzeichnen und diese mit S bezeichnen. Kommen wir jetzt zu Parallel. Auch dazu benutzen wir nochmal das Blatt Papier vom Anfang. Wir nehmen nochmal unser Papier her, fallen es so, dass diese Kante auf sich selbst wieder liegt. Wenn wir das Papier öffnen, entstehen diese beiden Linien, die parallel zueinander sind. Hier nochmal das Blatt Papier. Diese beiden Linien hier sind parallel und haben diese senkrechte gemeinsam. Wir merken uns, zwei Geraden G und H sind parallel, wenn sie eine gemeinsame senkrechte haben. Also G und H sind parallel und sie haben diese senkrechte. Sie haben keinen Schnittpunkt, da sie sich nie schneiden. Auch wenn ich 100 Kilometer in diese oder diese Richtung gehe, sie schneiden sich nie. Man schreibt G, zwei parallele Striche, H, das bedeutet G ist parallel zu H und umgekehrt. Der Abstand der Parallelen heißt D und ist überall gleich groß. Den Abstand kann ich überall einzeichnen mit rechten Winkeln, also auch hier, hier oder hier und das überall gleich groß. Wir zeichnen jetzt parallele Geraden und können dabei auch kontrollieren, ob sie parallel zueinander sind. Erste Möglichkeit mit Hilfe der Senkrechten, das kennen wir schon. Erster Schritt ist, zeichne durch den Punkt P die Senkrechte zu G und bezeichne die Senkrechte mit S. Wir legen das Geodreieck also so auf, dass die Gerade G auf unserer senkrechten Hilfslinie liegt und der Punkt P auf dieser Kante. Jetzt können wir die Senkrechte einzeichnen und diese mit S bezeichnen. Zweiter Schritt, zeichne durch den Punkt P die Senkrechte zu S, du erhältst die Parallele H zur Geraden G. Also jetzt durch den Punkt P eine Senkrechte zeichnen, das Geodreieck so auflegen, dass die Senkrechte S auf unserer senkrechten Hilfslinie liegt. Und jetzt können wir durch den Punkt P eine weitere Senkrechte zeichnen, das ist die Gerade H und H und G sind parallel zueinander. Zweite Möglichkeit mit Hilfe der Parallelen Hilfslinien. Das Geodreieck hat ganz, ganz viele parallele Hilfslinien, diese hier. Ihr müsst das Geodreieck so anlegen, dass die Gerade G auf einer dieser Parallelen Hilfslinien liegt und der Punkt P auf dieser Kante. Das klappt nicht immer ganz genau, aber wenn es klappt, können wir jetzt die Gerade H durch diesen Punkt P zeichnen. H und G sind parallel zueinander. Dritte Möglichkeit mit Hilfe von zwei Geodreiecken. Ihr legt das erste Geodreieck so an, dass die Gerade G auf dieser Kante hier liegt. Dann legt ihr das zweite Geodreieck so an. Ihr könnt auch hier ein Lineal benutzen. Jetzt müsst ihr das erste Geodreieck an dieser Kante entlang schieben, bis der Punkt P auf dieser Kante vom Geodreieck liegt. Und jetzt könntet ihr die Gerade H zeichnen und G und H sind parallel zueinander. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.